Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, Part Nummer, keine Ahnung. Es ist viel zu lang her, seit ich letzt aufgenommen habe. Ich glaube, es müsste Nummer 17 sein, wenn ich richtig liege. Ich habe da so ein fotografisches Gedächtnis. Und ja, es geht weiter und ich habe in letzter Zeit wirklich wenig aufgenommen. Das heißt, ich nehme jetzt wieder ein bisschen auf Vorrat auf, damit da auch mal wieder regelmäßig was kommt. Nur mal so als kleine Info am Rande. Wollte ich mal angemerkt haben. Naja, was ist da überhaupt für eine grüne Kugel? Was schwebt da? Ach ja, wir gehen in die Eisvulkangalaxie. Die steckt voller Eisvulkanhaftigkeit mit Eis. Vulkanen zwischen eiskalt und glutheiß. Glutheiß. Ähm, Glutheiß, das ist kein schönes Wort. Gibt es das Wort überhaupt? Glutheiß, aber was könnte man stattdessen für ein Wort nehmen? Feuer warm? Nee, das ist auch kein Wort. Ach, ich habe keine Ahnung. Es klingt auf jeden Fall scheiße. Aber egal, es geht wieder weiter. Und ich glaube, ich werde auch nicht mehr ganz so lange Parts machen, weil es ist mir auffallend. Es hat auch einer geschrieben, hey, wieso machst du mal so lange Parts? Dann dachte ich mir, hey, es stimmt. Ich habe mal verglichen. Am Anfang waren die Parts immer so 13 Minuten lang und jetzt bin ich ja dann immer so, habe ich mich ja in 20 Minuten orientiert. Und dadurch, ja, habe ich von den Aufgenommenen viel weniger. Und deswegen auch auf Vorrat nicht mehr so viel. Und so weiter und so fort. Deswegen werde ich das, denke ich, wieder ein bisschen kürzer halten ab jetzt. Ich meine, es ist für mich auch viel angenehmer zum Hochladen und so weiter, weil 6000 Leitung. Und ihr wisst das Ganze, ja. Ja, nein, 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 okay. Alles cool, alles cool, Mario, alles cool. Ja, nein. Verarsch mich nicht, Klemmner. Fick dich mit mir. Mach das wirklich nicht. Ich stehe nicht so auf Schnauzer. Die kratzen dann immer und... Ähm, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Das habe ich nicht gesagt. Und Hallöchen, ihr Stachidi-Stachidi-Stacheln. Weil Stachlige Viecher sind. Stachlig und... Äh, okay. Und hieran erinnere ich mich, glaube ich, noch. Geh mal da weg, du Stachlige Bowlingkugel, du. Henn fort mit dir. Ich möchte da ran. Okay, und? Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Uh, was passiert denn jetzt? Damit habe ich nicht gerechnet. Hooray! Okay, ich habe zwar schon ein Leben verloren, aber was soll's. Irgendwo liegt doch hier eine Münze rum. Münze? Hast du mal eine Münze für mich? Eine Münze? Nee, das ist keine. Das ist aber eine Feuerblume. Die kann man bestimmt auch für ein bisschen Geld verticken. Und jetzt mache ich mal meinen super Skilljump. Oh, nein, 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 nein. Okay. Yeah. Das war ein geskillter Skilljump. Macht mir das mal nach. Macht mir das nach. Ihr könnt es nicht. Naja, wahrscheinlich schon, aber... Ja. Schickt es mir das Videoantwort. Das macht sowieso niemand... Ach, du Scheiße. Nein, nein, nein. Fuck, fuck, fuck. Oh, mein Gott. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Verdammt. Ihr blöden Stachelkugeln. Ich hasse euch. Okay. Das war ein sehr guter Auftritt, würde ich mal sagen. Das war beeindruckend, oder? Seid ihr beeindruckt? Natürlich. Ihr seid beeindruckt. Wasser ist nicht gut. Wasser tut weh. Weil dieses Wasser hier ist ziemlich kalt. Dann... Hey, Moment mal. Moment mal. Maximilian Pilz? Versteck dich nicht von mir. Okay. Hooray. Hooray. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen um mich. Warum macht sich niemand Sorgen um mich? Ist das euch denn vollkommen egal? Scheinbar ja. Das ist traurig. Das macht mich sehr traurig. Okay. Kann ich euch eigentlich abballern? Bringt das was? Bring. Das war unglaublich effektiv. Das war einfach effektiv. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, aber auf ein neues. Und dieses Mal habe ich ein paar Lebensreserven mehr. Das sollte eigentlich gut gehen. Hui. Schwerkraftsprung. Ich mag das mit der Schwerkraft ein bisschen herumzuspielen. Es ist sehr schön. Was sag ich, wenn ich hier entlang gehe? Warum sind ja zwei Wege? Ich mag sowas. Achso, da geht es nicht weiter. Da kann man nur ein paar Münzen tanken, falls man gerade pleite ist. Und die Spritpreise steigen auch permanent an. Das wisst ihr ja. Ihhh. Da, 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 da. Kann ich da eigentlich hoch irgendein? Nee, da kann ich nicht hoch. Verdammt. Okay. Alles gut. Alles gut. Macht euch keine Sorgen. Verbrennen, du Sternteil. Glaubt ihr, die schmelzen? Dann hat man irgendwann eine wunderschöne Sternteilsuppe. Köstlich. Nein, 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 nein. Meine Güte. Kann das nicht mal gut gehen? Einmal, Mario. Ein einziges Mal. Mehr verlange ich doch nicht. Hä? Achso. Achso. Hui. Okay. Und. Drrrt. Oh Gott. Jetzt steigt die Lava hier hoch. Oh nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Gut. Das hat schon mal gut geklappt. Props an mich. Und ja, an mich. Nahaha. De, 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 de. Ja, genau so geht die Musik. Das, was ihr da hört, ist falsch. Das stimmt nicht. Ich bestimme, wie die Musik zu klingen hat. Und Sprung. Uh, das ist gut gegangen. So, Feuer. Feuer. Yay, ein Stern. Stern. Bring mich ins Sterne. Land voller Sterne. Und Sternhaftigkeit. Da möchte ich hin. Das bestimmt alles. Schön und voller Sterne. Und warum bin ich denn so laut momentan? Ich will nicht wissen, was die Nachbarn von mir denken. Oder will ich das? Eigentlich will ich schon wissen. Aber danach würde ich bestimmt wieder das Place aufnehmen. Deswegen lasse ich das jetzt lieber mal. Lasse ich die Nachbarn mal Nachbarn sein. Und mache mein Ding. Und die machen ihr Ding. und dann sind wir voll Ding. Und so. Yeah. Das ist cool. De, 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 de. Dö, 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 dö. Hallo böser Goomba. Du bist hässlich. Kleiner Space Goomba. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Okay. Ja, das war sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt von mir selber. Okay, nochmal. Fällt mir denn wirklich nicht mehr ein, was ich dazu sagen könnte. Ich glaube, es wäre klug, wenn ich hier einfach normal rumlaufen würde, weil... So schnell verschwindet der Scheiße jetzt auch nicht. Weg. So, ich laufe hier einfach rüber. Es ist viel zu langsam. Ich meine, ich bin hier auf dem Eis. Eis! Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, okay. Alles cool. Macht euch keine Sorgen. Alles in Ordnung. Macht sich denn nie jemand Sorgen um mich? Na? Na? Okay. Alles cool. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Macht euch jetzt mal Sorgen um mich. Dankeschön. Aber trotzdem, alles cool. Alles ist im grenzwertigen Bereich. Alles ist grenzwertig. Hui. Hui, 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 hui. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Und ich habe den Stern. Moment, Moment. Sterne erhalten. Oh yeah. Was für eine sagenumwogene, gut gelungene Mission. Danke, danke. Schulterklopfe an mich selber. Gut gemacht. Danke. Ja. Ja, ja, ja. Pring. Yay, Sternteile. Yay, ich habe eine Galaxie entdeckt. Ach, jetzt habe ich die Minispielgalaxie hier. Das ist nett. Nein, ich möchte nicht speichern. Ich bestehe darauf, nicht zu speichern. Und falls es jemand interessiert, ich lade mir übrigens gerade Battlefield 3 runter. Yay. Dank dem billigen Humble Bundle habe ich das hinterhergeworfen bekommen. Und das finde ich doch sehr schön. Und wir gehen in die Honigraxe-Galaxie. Da bin ich schon gespannt, ob es weiter läuft. Aber aufnehmen werde ich das nicht, weil so gut ist mein PC dann auch nicht, dass ich Battlefield 3 spielen kann und dann auch aufnehmen. Ne, 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 ne. Ach, ich werde es mal versuchen. Ihr werdet es dann schon sehen. Kraxel zum Himmel, Bienen-Mario. Kraxel gen Himmel. Das kriege ich hin. Das ist eine schöne Mission. Ich glaube, hier kann man massig Sternenteile sammeln. Oh ja, ihr seht schon das. Alles voll mit Sternteilen. Das wird schön. Und ich mag das rumklettern. Und dann. Genau so. So klingt das Lied. So und nicht anders. Okay, ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Beruhigt dich. Du musst das Video jetzt nicht wegklicken. Außer du hast es schon weggeklickt. Du Arsch. Ja, warum auch immer ich dich dann beleidigt habe, obwohl du es gar nicht mehr siehst. Schäme dich. Hörige Mega-Fakes zu, während ich dich noch beleidige. Also, das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Oder was meint ihr? Ja, das ist das Mindeste. Gibt es zu. Moment mal, ich muss jetzt mal wieder was sagen. Das ist echt uncool, wenn ich so weitermache. Okay. Das ist aber so eine mitreißende... Geht er weg. Mitreißende Musik. So. So, du Steinchen. Du fliegst mal nach vorne. Da, 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 da. Oh Gott. Oh mein Gott. Hey, hey. Oh Gott. Oh Gott. Sie kommen wieder zurück. Sie sind wieder da. Okay. Okay, okay. Alles cool. Alles cool. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Und? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht so schief. Aber seht ihr, wie viele Sternteile es hier gibt? Das ist ja unglaublich. Da, da platzt mir ja gleich eine Ader im Gehirn und im Auge. Überall platzende Adern vor Freude. Pfff, Käfer. Pfff. Käfer. Was wollt ihr denn machen? Was wollt ihr denn machen? Hä? Mit eurem Außenskelett. Erbärmlich. Geil. Erwischt mich jetzt bitte nicht. Das wäre uncool. Das würde nicht zu dem von mir Gesagten passen. So. Festklammern. Blab. Oh, ein Pilz nehme ich mit. Hallöchen, mein Freund. Dumm, dumm, dumm. Ich mag den Pilz. Der ist freundlich. Ist einer von den Netten. Ist zwar ein bisschen ein grüner Pilz, aber hey. Rettet die Umwelt ist ja eine gute Sache. Also da würde ich dem Pilz jetzt keinen Vorwurf machen. Ich meine, warum sonst hat er die Farbe gewählt, weil er nicht so ein Öko ist. Also, in meinem Ernst, erklärt mir das mal. Ihr könnt es nicht. Oh Gott, was ist denn hier noch alles? Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Wobei es inzwischen, seit ich zuletzt gespielt habe, immer länger her ist. Oh Gott. So, aber jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Hey, ich habe den Stern. Oh Gott. Das ist echt schwer. Stern erhalten. Oh yeah. Aber jetzt wollte ich den Part nicht so lang machen. Jetzt bin ich erst bei 10 Minuten. Soll ich den Part jetzt beenden, oder? Jetzt bin ich mir unsicher. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Dudeludududu. Seht ihr? Habe ich gesagt. Ich habe es gewusst. Galaxie komplett. Hooray. Das finde ich gar köstlich. Nein, ich glaube, ich mache jetzt noch einen Stern. Und zwar. Oh, Sandinselgalaxie. Oh, die habe ich was gefressen. Kann ich euch sagen. Die habe ich gefressen. Mit jedem einzelnen Sandkorn. Das war köstlich. Aber ansonsten mache ich die Galaxie nicht. Die Riesenfalle in der Wüste. Ach, das klingt ja einladend. Da freue ich mich doch schon. Freut ihr euch auch? Ja, dann freue ich mich umso mehr. Ach, okay. Das war das hier. Das ist ganz okay. Hoffe ich. Jetzt muss ich da erstmal wieder hinkommen. Und das ist wieder ein scheiß weiter Weg, würde ich mal behaupten. Da muss ich bestimmt vorbei. Und da und da. Und überall. Ja, genau. Stimme zu, Mario. Stimme mir zu. Okay, das ist auch eine ganz nette Sache hier. Da muss ich, glaube ich, nicht zerquetscht werden. Das ist ganz uncool. Und die, genau. Die Huhn kackt mich mit der Bombe voll. Also, das Huhn kackt mich mit Bomben an. Und das ist ganz uncool. So was macht man einfach nicht. Das ist, nee. Das ist nicht schön. Oh, oh. Maximilian Pilz. Komm mit zu mir. Dirt. Okay, alles cool. Alles cool. Alles cool. Wunderschön. Sternchen. Nimm mich mit ins wunderschöne geheiligte Land der Sterne. Ist hier schon der Turm? Ach, das ist cool. Mhm. Block. Komm mal mit. Dankeschön. So. Aber. Ich. Oh. Ich glaube, das kann jetzt ein bisschen länger dauern hier noch. Obwohl ich jetzt schon so gesehen fast am Stern dran bin, kann das hier sich jetzt noch ungemein in die Länge ziehen. So, ich glaube, ich bleibe hier. Äh, ein Sternteil eingesammelt. Wo gibt es denn noch eins? Ich bleibe mal hier stehen. Das bringt mir doch was, oder? Platsch. Ja. Geil. Geil, geil, geil. Okay, das hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Wunderschön. Lach mich nicht aus. Du Schwein. So. Schon das vorletzte. Okay. Ich glaube, ich weiß auch, wo das letzte ist. Das ist nämlich da so fast ganz oben. Aber nur fast ganz oben. Nicht ganz. Aber schon so ziemlich. Ja. So, müsste das hier irgendwo... Ja, genau da. Wunderschön. Nein. Runter... Okay. Boah, ich muss sagen, das ist... Das hat gut geklappt. Props an mich. Das war doch so klar. Ich lobe mich selber und dann passiert wieder sowas. Fick dich, Mario. Du bist schuld. Nicht ich. Du. Ja. 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 Du bist schuld. Du bist schuld. Ja. Genau. Du bist schuld. Er hat ja gesagt. Ihr habt es alle gehört. Ihr habt das alle gehört, Mario. Das schuld. Nicht ich. Nö, 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 nö. Komm ich jetzt zum Stern oder was? Ist das jetzt oder... Was muss ich jetzt... Je. Was bist denn du? Ähm. Möge er dies fressen. Ach, genau. Das ist, glaube ich, so ein Planet, der immer größer... Ne, Moment. Der wird größer, wenn ich... Dieses Teil zerstampfe. Wo ist denn das Teil zum Zerstampfen? Stampfi Teil. Stampfi. Stampfi. Wo ist denn das? Ach so, der wird schon von alleine größer. Ah, ich verstehe. Okay. Da muss ich gar nicht stampfi, stampfi machen. Das geht ganz automatisch. Instinktiv. Essentiell. Wunderschöne Wörter, die ich alle mal sagen muss. Will ich gegen den kämpfen? Ne, ich schaue mal, was es hier so gibt. Und es gibt... Oh, eine Oase. Ach so. Ah, das ist cool. So, wo habe ich die Melone hingeschossen? Oder die Kokosnuss? Was auch immer. Hallöchen, du Utensil aus Super Mario Sunshine. Ich mag dich. Also Super Mario Sunshine nicht die Kokosnuss. Aber die mag ich auch. Die ist ganz okay. Dum 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 dum. Okay. Okay. Alles cool. Aber komm, wo muss ich jetzt hin? Ach, da... Ah, Sterni. Da bist du ja. Tod. Tod. Okay. Was ist meine Aufgabe hier? Was ist die Aufgabe? Das ist die Frage. Kaputt. Oh, eine Röhre. Röhre. Mach mich glücklich. Ach du Scheiße. Ich erinnere mich, was die Aufgabe war. Oh Gott. Wenn ich das kaputt mache, dann geht es voll los. Es müsste gleich voll los... Ja, jetzt geht es los. Der Sand steigt die ganze Zeit und ich laufe permanent Gefahr, zerquetscht zu werden. Und wisst ihr was? Ich werde nicht gern zerquetscht. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Äh, Freiheit. Ich mag dich. Und so. Okay. Okay, Konzentration. Oh Gott, das ist so knapp. Mir tut jetzt schon der Kopf weh. Allein vom Hinschauen. Du machst mich verrückt, Mario. Ganz verrückt. Aber nicht so verrückt. Oh, oh, das ist ein guter... So viel zum Thema guter Vorsprung. Das war es dann mal wieder mit dem guten Vorsprung. Du gehst kaputt. Du holzteil. Du bist nutzlos. Niemand braucht dich. Niemand mag dich. Ich mag dich. Aber ich brauche dich nicht. Kaputt. Oh Gott. Oh Gott, das darf nicht schief gehen. Das darf einfach nicht schief gehen. Wenn das schief geht, dann ist ja alles am Arsch. Oh, ich habe es geschafft. Hui. Ich habe einen Stern erhalten. Yay. Sterne erhalten. Oh yeah. Das ist... Das ist der Wahrheit, meine Freunde. Der Wahrheit. Oder was sagst du dazu, Mario? Mäh, 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 und so. Übliches Mario-Geschwätz. Tring. Sterne erhalten, habe ich das so oft gesagt. Ich weiß gar nicht mehr. Speichern. Ja, bitte. Denn ich beende diesen Part hier mit. Und ohne große Worte sage ich Tschüss.